Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Moses Pelham, Emuna. Moses Pelham gehört zu den Urgesteinen im deutschen Rap. Das letzte Album, Herz, erschien im August 2017. Der Albumtitel, Emuna, kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie Glaube. Emuna kommt mit 12 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Release kommt über Pelham Power Productions und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Sugar MMFK Generation Beton. Der Bonner Rapper Sugar MMFK sorgte in der letzten Zeit vor allem durch seine drohende Abschiebung für Aufmerksamkeit. Jetzt ist es wieder an der Zeit die Musik für sich sprechen zu lassen. Generation Beton beinhaltet 14 Tracks und kommt unter anderem mit Features von Alex, Manuelsen und Maxwell. Das Album kommt über Bantunation und erscheint digital. Desaster, Klassenkampf und Kitsch. Das letzte Album, Bohemian, erschien im Februar 2019. Ziemlich genau ein Jahr später erscheint nun das vierte Soloalbum des Hamburgers. Klassenkampf und Kitsch kommt mit 11 Tracks und beinhaltet Features von Alexa Feser, Hannibal und Sebastian Matzen. Das Album kommt über Warner Music und erscheint als Box. Hemshow, Knast oder Palast. Hemshow steht bei 18 Karats Label Supremus Musik unter Vertrag. Jetzt steht mit Knast oder Palast sein Debütalbum an. Knast oder Palast beinhaltet 18 Tracks und kommt unter anderem mit Features von 18 Karat und Alex. Das Release kommt über Supremus Musik und erscheint als CD und auch als Box. Massiv Latif Das letzte Album von Massiv M10-2 erschien im September 2018. Nach diversen Verschiebungen kommt nun sein vierzehntes Soloalbum. Der Albumtitel stammt aus der Serie 4 Blocks. Dort tritt Massiv als Teil der Großfamilie Hamadi unter dem Namen Latif in Erscheinung. Latif kommt mit 16 Tracks und beinhaltet Features von Haftbefehl, Marlo und Ramo. Das Album kommt über Alma Siva und erscheint als Box. Vega Locke Das Freunde von Niemand Oberhaupt meldet sich zurück. Nachdem das letzte Album V mittlerweile zwei Jahre zurückliegt, kommt der Frankfurter mit Soloalbum Nummer 6. Locke beinhaltet 12 Tracks und kommt unter anderem mit Features von Face, Montes und Takt 32. Das Album kommt über Urban und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.